Warum bin ich hier? Wie viele Tode bin ich schon gestorben? Fragen so alt wie die Menschheit. Horst Läufer und Katrin Biver-Guttbier begleiten Menschen auf der Suche nach Antworten. Im Rahmen spiritueller Rückführungen ermöglichen sie Einblicke in frühere Leben. Doch was ist dran an den Eindrücken? Halten Sie historischen Recherchen stand? Wir machen uns auf die Reise. Auf die Reise ins Licht.